Wie cool wäre es jetzt, dieses Foto in groß zu sehen? Geht nicht? Gibt's nicht! Teil das Foto mit der Fotos-App, öffne diese, wähle das Foto zum Teilen aus, jetzt noch auf Share mit dem Chromecast drücken und fertig! Es geht natürlich auch mit dem Apple TV, Amazon Fire TV Stick oder wie in unserem Beispiel dem Chromecast.